Hallo ihr Lieben, Willkommen zu ClipSmoke, Nils heute wieder für euch. Ich habe heute für euch den Golden Pipe Cool Twist. Ihr seht wie immer ein Foto von uns. Auf der Verpackung seht ihr einen grünen Apfel, eine Guava und eine Kiwi. Zur Rauchentwicklung und zum Geschmack dann. Schöne Rauchentwicklung, wie ich finde, wie der Golden Pipe sie auch immer hat. Vom Geschmack her schmeckt man den grünen Apfel und die Guava sehr deutlich raus. Man hat dann auch so etwas leicht Frisches dabei, aber es genau als Kiwi zu definieren ist schwierig. Insgesamt eine fruchtige Tabaksorte, die man gerne mal probieren muss, sollte, wie auch immer. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao!